Yo, Peace! Oh, ich muss noch etwas machen. Das habe ich gerade ganz vergessen. Ähm... Aber das kriegen wir auch ganz schnell hin. Wir haben ja in der letzten Folge endlich mal den ersten oder zweiten Dungeon gemacht. Und jetzt wollen wir halt noch einen machen, um dieses 10 Infinium Erz zu bekommen. So, okay. So passt das. Äh, auf jeden Fall... Och, siehst du so scheißvieh. Das triffst mich doch eh nicht. So. Wir müssen in die Richtung. Okay. Und dann bekommen wir das Infinium Erz. Das ist auf jeden Fall golden. Dann sieht gut aus. Ist das jetzt das schon? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach, das scheint das da vorne zu sein. Oh Gott. Oh Gott. Wieso muss das denn... Oh. 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 Aber jetzt kommt das auch noch, ey. Oh, das nervt. So. Wir müssen auf jeden Fall da rein. So. Da rein müssen wir. Oh. Wo kommt denn die Viecher? Ach da. Ja. Oh. Okay, das ist mehr als Startung. Okay. War doch relativ ein Witz. Wieder auf kurz drüber, um die Steine frei zu schalten. So. Okay. Wir müssen hier rein. Das sieht einfach mal genau so aus wie in der anderen Folge. Okay. Okay. So. Oh. mitnehmen es ist immer genau so aus wie in dem anderen das treffende prägt so jetzt kurz hier rein aber jetzt von müssen woanders gespawnt jetzt ist das schwer kommen 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 die vierstunden das ist es ist es viel ist es fette viel was wir auswählen ich werde auch jetzt sehr gut ich habe es noch was bekommen ohne kiste ach so das ist nicht ganz so gut ich denke mal ich würde sich auf jeden Fall den Stab aus und die Maske das ist ein ich werde es erstmal zurück sparen oh Gott das ist mir jetzt hier egal mehr dungeons mehr beute okay wir müssen noch zwei andere dungeons machen um dieses infineo abzubekommen was ist denn das ist ein riesen dann schon da hinten ist mein haus wo das ding ist es geht einfach mal hier hin ich glaube falsch haben gibt es im spiel glaube ich gar nicht das ist nicht so schlimm so wir wollen auf jeden fall jetzt erst mal genau in die richtung Prozent sich kümmern mit dem Filo der Gäste schneller auch zu müssen dauern das ist schon da wir halten ist das das bestimmen so vielleicht muss man schon hin drei dann schützt der Fülle zu machen. Wäre natürlich cool. So, auf jeden Fall nicht in diese Zacken reinkommen. So, kurz hier rumlaufen. Die Treppe frei zu schalten. Mal sehen, ob das wieder genau so aussieht. Na, wo wissen die Spinnen jetzt hin? Ah, da. Ich wusste einfach ganz genau, dass die Spinnen kommt. So. So, die Spinnen sind aber doch übel schnell platt. Das ist viel genauso. Achso, da werden wir zwei draus. Trotzdem easy. So, und jetzt wieder zu den Brutalen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, jetzt machen wir erstmal hier hoch. Oh Gott. Kurz ausweichen. Okay, das ist auch dauernd sehr gut. Ähm, jetzt haben wir ja immer das Portal, immer das Portal, ich glaube, ein bisschen durch das Scannen. Aber die Kisten sind eigentlich sehr gut. Haben wir nochmal Stab und nochmal eine Maske. Da bekommen wir ja dieses Flux. Ausgangspunkt des Dungeons, sehr gut. Jetzt müssen wir noch einen Dungeon machen. Und das nächste ist einfach mal, würde ich einfach mal sagen, dass wir unten die Richtung. Nicht auf die Zacken. Und wenn wir das haben, dann können wir auch das Infineon-Erz uns anfordern. Oh. So. Okay. Wir müssen in die Richtung. Ist das denn ziemlich gut da? Achso, das war das, wo ich nicht gecheckt habe, wo das ist. Das ist bestimmt das in der Mitte hier, oder? Ich glaube, ich sollte uns doch ein anderes suchen, weil ich keinen Plan habe. Was ja das dann schon sein soll. Aber es sieht so aus, als wenn das ja ein Eingang wäre. Können wir mal ganz kurz. Ne, komm, wir nicht rein. So, dann müssen wir uns noch einen anderen suchen. Da gehen wir einfach mal was in der Nähe. Ach, komm, wir einfach mal hier gerade runter. Einfach mal hier gerade runter. Oh Gott. Ist das... Na, eigentlich stellen wir uns hier nicht auf die andere Seite, weil sonst wäre man jetzt im Wasser gewesen. Wir sollten vielleicht mal hier hoch. Aber das ist jetzt nicht so praktisch. Da kommen wir jetzt gerade nicht hoch. So. Komm, mach den Platz. Sehr gut. Ich habe zehn Erfahrungen erhalten. Okay, das ist einfach bloß jetzt... Okay, sehr gut. Da kommen wir jetzt erstmal hier hoch. Da bin ich auf jeden Fall nicht mal da unten. Und wir sind auf jeden Fall gleich da. Das finde ich gut. Das hier scheint das Dungeon zu sein. Eine Flasche. Hat wahrscheinlich jemand eine Flasche gedroppt. Okay. Das hier ist das Dungeon. Ich weiß, ich würde ganz hoch müssen, weil das habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall gucke ich erstmal kurz, wie lange ich den aufnehme. Neun Minuten. Okay, dann müssen wir das mal drauf kriegen jetzt hier. Nein! Kurz mal drei meiner kleinen Helfer spawnen lassen. Okay, ich habe kurz mehr den Controller erbriert. Hier ist ein Level 6 geworden. Mit einem. So, ich muss kurz gucken. Verständlich müssen wir hier hoch. Okay, sehr gut. Das hier ist so eine Sprungplatte. Okay. Komm, hör auf. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier hoch. Und jetzt hier hoch. Und jetzt hier hoch. Komm, hör auf. Sehr gut. Jetzt müssen wir... Nein, noch nicht. Erstmal hier noch ein bisschen kurz gucken, wo wir hin müssen. Da hoch. Oh, es hätte es gerade über knapp sein können. Oh. Okay, das ist ja schön auf jeden Fall schon da zu sein. Also, wie viele Gegner kommen wir auf sie auch irgendwie nicht. Aber wir machen die easy platt. Okay, das ist der Endgag. Jawohl, den haben wir. Sehr gut. Ach so, er ist noch so nicht viel. Ah, ist ja mal ein Problem. So, das haben wir schon mal. Haben wir jetzt wie so eine Kiste gesorgt bekommen irgendwo. Ich wüsste nicht, wo vielleicht kommen wir hier irgendwie noch hoch. Weil ich weiß gerade nicht, was das hier von... Block ist. Okay, das ist wieder so ein... Sehr gut. Okay, da ist die Kiste. Finde ich nice. Wir können es jetzt mal kurz erst mal unsere Belohnung abholen. Dieses Infineum Earth. Und natürlich erst mal noch mal die Kiste drin. Alles mitnehmen. So. Was haben wir hier? So, das ist die Kiste. So, wir können es mal zurück. So. Zum Endpunkt des Dungeons. Da wollen wir ja nicht hin. Wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Auf jeden Fall. Ich tue es kurz zum Wegkreuz. Teleportieren. Und... Ja. Da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part-Video wieder. Dann haut rein.